Ja, das wird's bestimmt ganz schnell wieder ändern. Hab's hier irgendein Pool zum Koffi? Oh, nee. Aha. Oh, oh. Hi, meiner Spaß. Ach Gott sei Dank. Was? Was denn? Ey, natürlich mag ich sie so, wie sie ist. Hab ich von meiner Cousine gelernt und ihr habt es uns allen von dir gelernt. Was hast du von mir? Achso. Oh Gott. Leicht, ja. Ich mach keine Komplimente mehr an dies. Ja, danke, danke. Bitte, bitte. Ich weiß, dass ich meine Arbeit gut mache, sonst wär ich nicht so weit gekommen. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Hörst du nicht zu? Ja, doch. Warte, ich bin auf Komplimente nicht angewiesen. Das stimmt. Guck mal, ich hab einen Weihnachtsbaum. Nee, das ist aber jetzt schon vorbei. Ich bin drin. Zeit fürs Bett. Tschüss. Dominik, was geht ab? Freaky, was geht? Kalypsus, was geht? Project, was geht? Sven, noch einen wunderschönen. Henker, was geht ab? Ja, ich will jetzt schon irgendwie verdient haben. Ich weiß nicht warum, aber man findet bestimmt was. Wenn mein Schlüssel ist, was hab ich gebrochen vom Schließmal, der tut mir leid. Ja, kein Problem. Oben, mittleres Büro. Dein Ding durchzählen, lass mich doch. Ja, ich auch war damals Praktikant. Parker ist auch richtig dumm einfach, ne? Parker soll ins Büro kommen, fertig. Dicker, du bist der falsche Parker. Ja, was willst du? Ich ruf dich gleich an. Achso, boah. Junge, du, wie kann man denn die Stimme nicht erkennen? Ja, ein bisschen los, ja. Okay, du merkst, was hier für'n Haufen ist, ne? Nur voll Idioten. Ich meine irgendwas abends unternehmen ohne Marke. Das wollte ich eigentlich damit sagen, irgendwie. Aber irgendwie kam das Zeiss herüber, weil ich das falsch ausgerufen hab. Ich bin Idiot. Los, erschieß mich. Exekutieren wir es. Darf ich? Ja, von mir aus. Du wirst doch mal einen Arm durch. Aber sie hat mir grad noch gesagt, sie traut sich nicht allein zu fahren, also muss sie hinten bei dir rauf und muss sich an deiner maskulieren Bauchmuskeln festhalten, hat sie grad gesagt. Ja, und sie möchte gerne in Farbigen, weil sie weiß, dass der Schmanz groß genug ist. Oh mein Gott! Wow! Hä? Welcher wird mir lebst? Nur dein Ponus in Obstanz? Ach, scheiße. Ja, können wir nicht mit aus. Es gibt auch Seiten, die sind bezahlbar. Kenn ich mich auch nicht mit aus. Mhm. Gerade du. Hä, was soll das denn heißen? Holla! Ich find's gut, dass nicht gegen mich geschossen wird, sondern gegen dich. Ja, jetzt bist du wieder dran. Denk dran. Du hast noch was zu beweisen für sie. Na ja, du hast vorhin gesagt, in dir steckt Navarro Blut. Also. Ja, in Navarro steckt auch mal was von O'Brien. Oh, wow. Ja. Kann ich nicht abschneiden. Ist was. Ein bisschen Rennensport. Ja, ein bisschen. Mit dem Dill, wo da in der Mitte ist, ist doch ganz witzig. Ja, das ist doch richtig und richtig. Ja. Okay. In Navarro auch was. Nein. Also du solltest deine... Schulden schon bezahlen, amigo. Es kann sein, dass ich mit 120 zweimal durch die Stadt gefahren bin, ehemals ich hüttend war. Ja, geil, geil. Ich fahr auf wie der besagte Sonne. Ich glaube, es ist nicht vorkommend, ähm, weil die Ex-Fief-Armten, ähm... Ja, hartbremst. Au! Was ist das? Das ist doch nicht... Das ist von ICE. Achso. Die Behörde. Achso. Ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, die schaut eher wie eine Indianerin aus, Dieter. Ja. Das kann ich auch. Das ist eine ziemlich... Ich bin multilingual. Ich bin multilingual. Mani was tete, jo. Alles Töpfchen. Das freut mich zu hören. Eigentlich wollten wir heute starten, eigentlich mit RDR. Aber ist ja jetzt CFX wieder Probleme. Daher, äh, nun doch GDR. Ich glaube, da braucht jemand wieder eine Pferdetherapie, Digga. Hm? Warum schließt ihr die Tür ab? Habe ich die zugeschwört? Ja. Oh, Gewohnheit. Direkt hochsteht, ne? Mhm. Das war gut. Das finde ich witzig. Das war richtig witzig. Das war richtig witzig. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, was hier direkt weitergeht. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Dexos Energy. Ihr energiehaltiges Erfrischungsgetränk. So, da sind wir natürlich schon wieder zurück. Wir haben mit der UBM in neuer Formation sortiert. Alles klar. Haben wir denn alle Fahrzeuge oder sollte noch irgendwas? Ja, wenn der Kleine den da rausgezogen hat, dann sind wir durch. Ja, check. Ja, genau. Das sagt er auch immer abends im Bett. Alles klar. Adios. Ich, ich... Das ist merkwürdiger. Warum weiß er, dass es heute... Das ist immer so typisch Villner, ne? Du kannst doch an nichts anderes denken, außer ein Fögel. Ja, das stimmt nicht. Aber das kann er auch wirklich gut. Achso, ja super. Perfekt. Ist da überhaupt jemand drin? Ich stelle den Fischer ein schönen Grüße, der Wichser doch! Aufsichtiges Fahrzeug. Eine bewaffnete Person hat die LS90 gerade bedroht. Wir fahren ähm... Hallo. Ali? Was geht ab? Ach ja. Ich dachte, ich fliege mal hier in die Hausbahn. Alter, geht's dir gut! Ja, 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 passt gut. Aber nicht, dass wir sie jetzt noch ein anderes Boden meinen und wir noch ein zweites gefunden haben. Achso, ne. Gut. Machen sie jetzt dann weg mit Ali? Ja. Rufen sie an? Okay, super. Im Wasser schon. Trotzdem Dankeschön. Ich hege die Neu. Ich hab dir schon mal angerufen, aber du machst einen auf Busy-Mensch. Ja, du rufst immer zu den ungünstigsten Zeiten an. Ja, ich hab vielleicht auch mal was zu tun, ein paar Schaft ausrauben und so. Ey, Junge, du sitzt zuhause auf deiner scheiß Kosolle und spielst Fifa oder so. Was du erzählst, das letzte Mal Fifa gespielt vor zwei Stunden. Ja, siehste. Nee, ich bin schon ne Weile da, aber ich musste ja noch nebenbei Schafts machen und so. Kohle kommt nicht von alleine. Schafts machen. Ja? Was machst du? Bist du schon lange hier unterwegs? Ja, über ein Jahr mittlerweile. Hackern, hier. Auf die steht da besser. Was hast du denn behalten? Ich glaub, er hat ein Bärtchen gekriegt. Ja, er kriegt echt viel auch ein Bärtchen. Ja, dass er aussieht wie ein Hackern. Achso. Ja! 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 Jetzt ist es Markern. So, wie viele ASL willst du kaufen? Check ich die Haken. Ich hol gleich dich aus Reblar raus, ja? Scheiße. Komm mit, Ham. Aber ich hab auch Reine hier drin. Ja, wen soll ich das denn nicht? Was ist das denn? Das ist ein bisschen scheiße. Möchte ich das? Kann ich das irgendwann so anmerken? Ich frag nicht. Wieso hast du das denn an? Ach, weißt du ja schon? Ist aber ein sicherer Tag. Ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Du solltest das immer dabei haben. Was ist das so? Achso, stimmt. Was? Ich hab ein Eier gefahren. Das ist ja eine Weste, ne? Gegen den Kopf. Hält da eigentlich so'n Schuss aus, oder? Nee. Schieß einfach knapp daneben und mach bing! In solchen Fällen kann ich nicht daneben schießen. Dafür brauch ich Adrenalin. Ballistik-Test, ne? Warum werd ich jetzt dafür ausgenutzt, für einen Ballistik-Test? Machst du die Wester an. Ich werd einen blauen Fleck auf. Ich will den Hammer am liebsten auch eine weggönnen. Das ist ein Wester, also. Aber ist ja eigentlich keiner auf meiner Seite. Sind wir uns einig, dass das zu Testzwecken dient? Ja, ja. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ich ja? Jugendforschung. Ah, da bist du auf Erfernung. Es gibt einen dicken blauen Fleck, das dauert bis es heilt. Ich war Erfernung. Aber ja, ging in die Weste. Erstmal Koma. Wir fahren jetzt auf den Schotterweg Richtung der kleinen Frau. Was hast du jetzt jedes Mal dabei haben, wenn wir uns sehen? Also er hatte mehr Schmerze, als wie was in den Rücken reingerifft worden ist. Man. Man ist ziemlich offen mehr da in letzter Zeit. Hat die keine Bock auf dich. Weil sie einfach fertig ist, weil sie so viel kriegt. Und dann ist das jammer. Sollten fahren, Kolon. Soll das fahren, Kolon. Das ist immer noch meine Schwester, ok? Das jetzt haben wir ihn kriegen. Jetzt ist aber alles mit jedem verschwiegernden Verwandten. Wo meinlichst du aber. Hat der noch ne Schwester? Willst du die haben oder was? Ich hab ne Cousine. Hey, mein Auto. Ist das irgendwie der große Familienvater für alles? Was soll das hier? Nichts was 500$ fixen kann. Fahr jetzt endlich! Von hinein fressen wir den Schotterweg durch den Stauner. Langsamer. Wir sind ins Gestrüpp gekommen vor Unfall. Eine Person ausgestiegen. Eine Person ausgestiegen Richtung Norden. Fahrzeug checken.